1422 da sind wir gerade angekommen beiden folgen zumindest und da machen wir jetzt auch weiter wir brauchen das war mit dem bauern blöcke fürs dach wir können ja mal kurz gucken was könnte man denn leben gute frage nächste frage kuper will ich nicht nehmen was hätte man denn für blöcke denn da also sprich könnte auch ruhig irgendwas teures ein teurer aber nicht ganz so teuer teuer wir können jetzt natürlich irgendwas einfarbiges nehmen wir können auch mal kurz nochmal unser lager gehen und gucken beziehungsweise wir können auch mal eisenblöcke nehmen ich meine wir haben so viele so viele eisenblöcke da kommt es sich darauf an ob wir mal so ein komisches dach mit eisenblöcken machen das wäre da relativ so wir brüchten man werkbank die haben wir nicht haben wir nur hier drin wahrscheinlich das heißt genau hier ist eine werkbank daraus können wir eisenblöcke machen und holen uns aber die anderen eisen ab dann müssen wir es auch nicht ins lager schmeißen zumindest vorerst block of iron stack 48 könnte sogar eventuell vielleicht fast nicht reichen so dann brauchen wir wieder black stone und weißt du was nicht alles genau das haben wir nämlich wieder hier hinten dann müssen wir wieder hier rüber laufen wir holen mal das black stone stuff was wir haben das brauchen wir nämlich ganz trinkend oh ja noch blicken da habe ich jetzt nicht so dran gedenkt außer mit einem black stone noch da nichts mehr ist dann alles wir haben an black stone dann machen wir damit auf jeden fall noch mal die die da hier und hier mit von der brauchen wir nämlich auch nicht so viele da wenn man auf jeden fall 30 so und wenn man noch mal acht von den slabs 16 super wunderbar das ist auch schon mal was gutes können wir nämlich erstmal das dach arbeiten und das dach hier gestalten perfekt darauf gelandet wunderbar dann brauchen wir jetzt das eisens eisen können wir erstmal als richtung gebunden hier oben hinsetzen zack 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 super wunderbar schon sehr viel eisen verbraucht schon fast da der ganze deck wir haben den ja angefangen gehabt dann haben wir haben wir das denn mit den treppen gemacht bei dem diagonalen haus also wir haben die treppen quasi diagonal gerade gestaltet also sprich an den ecken haben wir sie gerade gemacht das heißt nämlich so das war uns lebt keine trappe so so und hier werden wir jetzt erstmal stein nehmen als füllblock weil ich noch nicht weiß ob da drunter was anders hin muss dann brauchen wir die treppen wieder zack zack so genau und dasselbe machen wir jetzt hier tatsächlich genauso so und so und so und so wir haben das hier einfach so gemacht bis an die spitze oben ne wir haben tatsächlich sogar erst ganz irgendwann noch mal wir haben 123 stufen gemacht drei stufen das heißt 123 das heißt hier kommt erst mal ein ein blogguss drauf so und da kommt hier eine stufe drauf das heißt hier auch ein blog und eine streppe und dann geht das hier nämlich noch mal weiter gebe das von gesehen ja 12 quasi also sprich weil das passt nicht weit das ist aber anders dann das nach von der größe könnte sein 123 1 2 3 1 nach oben warte mal oh jetzt ist mir da gefallen wait wie haben wir das hier gemacht wir haben ja 123 dann haben wir 12 passt das auch mit 1 2 4 5 7 8 9 10 stück gute frage gute frage so haben 123 doch klar passt das 1 1 ne das passt nicht weil wir haben nämlich da zwei hä wait what haben wir das irgendwie breiter nee das ist auch nur der erste blogguss ist auf dem drauf irgendwie haben wir das completely weird hier gebaut ich weiß nicht warum 123 oder ist das ne ne aber wir haben auch nur drei stück jeweils gebaut ne ja haben nur drei stück gebaut also der erste ist quasi auf dem dann anderen zweiten dahin also strich bin das hier der erste ist dass ihr der 2 wenn das hier der erste ist dass ihr der zweite dann kam ja direkt die stufe jetzt in mir das haus nämlich nicht mehr da kam nämlich direkt das war doch was immer gut müssen hier 12 und doch bei dem moment doch sind alles passt doch was wollt ihr denn hier sagt mir doch gleich das richtig ist sagt es mir doch gleich müssen als mikro bisschen verschieben super wunderbar sicher wieder alles so vom display oder selbe geschieht dann von hier nicht weil von hier passt das nicht sondern von hier auf dem hier das heißt hier wird so verstehen so verstehen so so und so und so und so und das war's und dementsprechend heißt das auch hier einmal so ausbauen und zack so können wir jetzt nämlich hier wunderschön unseren treppenrundgang bauen den würde ich auch tatsächlich glaube ich erstmal komplett rund bauen weil der sowieso genauso stattfindet deshalb deshalb bauen wir den mal so nee nicht du da das ist doof das geht ja gar nicht so aber und den sammeln wir ein und den wird schlafen der können wir noch nicht also müssen wir noch mal für zehn sekunden da oben hingehen dass wir noch mal hier ein was so und zwar können wir das sowieso machen zack 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 an den ich so sondern so ob es kind auch eventuell von unten gestalten super wunderbar so das schickt erstmal der rest können wir gleich machen weiter tun lassen tun wie auch immer 38 dings also wir brauchen definitiv mehr blackstone mehrere blackstone guck mal da können wir wieder hochgehen wir können mal hier und einstellen das ist ja bestimmt gut aus das ist ja bestimmt gut aus na doch nicht da können wir gucken eventuell bleibt das als kino so und zwar brauchen wir nämlich jetzt zuerst einmal den 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 und den wunderschön und runterfallen natürlich das geht auch es ist auch alles immer so eine sache für sich zack 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 und ja gut das wird nicht gehen das müssen wir so gestalten so und so und da können wir nämlich hier wieder sowas machen und sowas machen und hier dementsprechend sowas machen das wird jetzt auch wieder nicht gehen weil der nämlich erst so gesetzt wird muss dankeschön für das was du mir sagst hier das ist schön nein das ist falsch das ist nicht so schlimm doch es ist schlimm weil wir haben wahrscheinlich zu wenige treppen tierer rappen die reichen nicht die es ist sehr schade noch kommen tierer rappen stufe nummer eins und zwei so das sind die zwei letzten die wir nach oben platzieren dann müssen wir neue machen wir müssen noch ein bisschen black stone holen das ist aber ja der chillt der liebt auch luft der liebt auch die luft zack und zack da haben wir diesen reversiblen rundgang gemacht fertig so wie geht es denn weiter müssen uns für ne warte mal wir machen erstmal die kreuze gleich fertig mal für die kreuze die sind gucken wir von hier weil hier von hier wird nämlich auch ein kreuz sehr hochgehen genau das wird nämlich auch nochmal hochgehen und dann werden wir die anderen einfach so machen wie sie es anders gemacht haben aber das machen wir in der nächsten folge wieder wenn es gefällt dann lasst eine positive bewertung da oder ein abo und bis zur nächsten folge tschau leute